da ist wieder ein cheater aber bei tr seite ja ich sehe den hier rumfliegen oh ja er hat teleportiert er sicher noch her ich sehe es ja er teleportiert sich hier ich sehe es ja erst jetzt kann ich gar nicht 8 8 ich schreibe das gleich ich mache nur kurz den report ja alles gut dann kommen wir es musst du online machen schreibt in dem e mail mit video ja das mache ich dann auch durch was so spät so können wir das überhaupt noch ein ja sind da oben in der besseren position die spack aus jetzt kommt sie ja alle abgerannt so jetzt noch einmal das video speichern ja 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 ja